Hallo und willkommen zum Video Tutorial, diesmal xMind, ein Programm das wir auf unserer digitalen Schultasche finden. Wenn man das Programm startet, hat man hier schon mal Vorlagen zur Auswahl. Wir haben hier also eine leere Vorlage nur mit einem Hauptknoten. Hier haben wir noch andere Vorlagen, hier eine Mindmap, hier ein Organigramm, eine Ablaufdarstellung, hier unten haben wir so ein genanntes Fishbone-Diagramm und ich starte jetzt erstmal ein leeres mit diesen Hauptknoten. Man sieht hier das Wort Hauptknoten, wenn man hier doppelt reinklickt, kann man das entsprechend füllen. Die Größe dieses Feldes ändert sich mit der Länge des Textes. Wenn man also die Schrift kleiner hat oder das Wort drin steht kleiner ist, dann wird auch dieses Feld kleiner. Man muss es also nicht entsprechend anpassen. Und wenn man jetzt hier weitere Seitenarme haben möchte, dann klicke ich einfach hier in diesem Bereich irgendwo doppelt rein und kann dann hier weiteren Text einfügen. Wenn ich dieses Feld dann mit der Maus nehme und in die Nähe von einem anderen Feld schiebe, dann entsteht hier automatisch ein Arm und die beiden sind dann miteinander verknüpft. Und das kann ich jetzt immer so weitermachen und das dann ebenfalls wieder in die Richtung von irgendeinem Feld schieben aufpassen. Das gehört natürlich dann nicht hier hin, sondern das muss ich zum Hauptknoten erstellen. Und so kann ich das jetzt mit weiteren Feldern machen. Das kommt natürlich hier unten hin. Das natürlich bei den Passivkonten. Und dann machen wir noch das Darlehen. Das können wir hier auch zuweisen. Hier wird automatisch eine Reihenfolge erstellt. Die kann man aber ändern. Eigenkapital ist ja immer oben. Darlehen, dann Verbindlichkeiten. Also die Schuldennachfristigkeit sortiert. Hier entsteht jetzt, ich mache es etwas größer, ein kleiner Knopf mit einem Minus. Wenn man hier drauf klickt, dann kann man das minimieren. Wenn man wieder drauf klickt, kann man das maximieren. Und so kann ich natürlich hier Arme einklappen und ausklappen. Mit diesem Button hier rechts, da kann ich die Mindmap auf die tatsächliche Größe verkleinern, vergrößern. Jedenfalls, dass er dann ganz sichtbar ist. Und hier mit den zwei Zoom-Buttons kann ich weitere weiteren Zoom einstellen. Was ich jetzt noch machen kann, ist eine Formatzuweisung. Wenn ich hier unten auf die entsprechenden Themen klicke, dann brauche ich hier nicht speziell jeweils diesen Hintergrund abändern. Ich kann auch die eigentliche Struktur dieser Mindmap verändern. Ich habe jetzt hier eine normale Mindmap. Ich muss hier auf diesen Hauptknotenpunkt klicken und dann kann ich hier unter Struktur die Mindmap entsprechend verändern. Ich kann hier zum Beispiel sagen, es soll ein Organigramm daraus machen. Ich kann auch ein Baumdiagramm machen. Dann richtet sich das aus wie in einem Windows Explorer diese Darstellung. Es gibt aber noch andere Darstellungen wie ein Fischgräten-Diagramm. Sieht ihr hier schon Kopfschwanz und hier dann diese Begräten. Genauso sieht es dann entsprechend aus. Und ich hätte noch die Möglichkeit, das als Matrix darzustellen und kann natürlich hier immer wieder neue Darstellungsarten auswählen, ohne dass ich jetzt großartig meine Struktur noch einmal neu aufbauen müsste. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, wie ich meine Mindmap hier entsprechend aufpeppen kann. Ich kann hier entsprechende Markierungen zum Beispiel einfügen. Hier zum Beispiel, dazu muss ich natürlich ein Feld aktiviert haben, also einfügen, Markierungen, dann habe ich hier zum Beispiel Gesichter oder Flacken oder hier Sterne, die ich hier dann vorne entsprechend habe und dann nochmal abändern könnte. Das Ganze lässt sich natürlich auch ausdrucken. Hier mit der Schaltfläche drucken. Hier kann ich dann auch sehen, wie das Ergebnis aussieht, was denn genau gedruckt wird, nur die Ränder, auch den Hintergrund, weil es ist auch möglich, hier einen entsprechenden Hintergrund zu setzen. Ich kann also hier, je nachdem, was hier immer angeklickt wird, ändert sich hier die Eigenschaftsanzeige und je nachdem, was ich hier dann auswähle, ich könnte hier sogar noch eine Legende anzeigen und dann wird hier entsprechende Legende eingefügt und wenn ich hier das Häkchen raus mache, ist das wieder weg, aber zurück zum Hintergrundbild. Ich kann hier natürlich ein entsprechendes Hintergrundbild auswählen. Ich kann hier auch noch andere Sachen, das ist jetzt gerade nicht das richtige Thema und ich kann auch die Transparenz dieses Hintergrunds auch noch entsprechend einstellen. Und wie gesagt, beim Drucken kann ich dann entscheiden, möchte ich diesen Hintergrund mit dabei haben oder nicht. Drucker auswählen und dann mit Drucken entsprechend ausdrucken.